Wie lange hält das Ergebnis nach einem Fadenlifting? Wir verwenden heutzutage ausschließlich reservierbare Fäden, das heißt Fäden, die sich nach ca. einem Jahr wieder auflösen. Aus dem einfachen Grund, sie sind sehr gut verträglich und sehr, sehr wenig komplikationsträchtig. Das bedeutet aber auch, dass der Effekt eines Fadenliftings nach einem oder zwei Jahren auch wieder nachlässt und die Prozedur, wenn man den Effekt wieder haben möchte, wiederholen muss.